Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer weiteren Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit unserem FC Bayern. Ja Leute, in der letzten Episode hatten wir die beiden Spiele, also Hin- und Rückspiel im Champions League Viertelfinale gegen den FC Arsenal, die wir beide jeweils mit 2 zu 1 gewinnen konnten. Also das Spiel im Emirates Stadium 1 zu 2 aus Sicht des FC Arsenals und aus unserer Sicht eben das 2 zu 1 und in der Allianz Arena ebenfalls ein 2 zu 1 Sieg. Wobei ich sagen muss, dass das Spiel in der Allianz Arena schon sehr kurios angefangen hat mit einem sehr schönen Tor von Giroud, der aber auch abgefälscht war der Schuss, muss man sagen. Also da hat es schon ein bisschen mit Angst angefangen, aber letztendlich haben wir uns zurückgekämpft in die Partie hinein und sind jetzt auch im Halbfinale in der Champions League, wo wir auf Manchester United treffen werden. Essentiell in der heutigen Episode ist aber nicht das Spiel in der Champions League im Halbfinale gegen Manchester United, sondern das andere Halbfinalspiel, welches wir jetzt hier noch offen haben, nämlich das Spiel im DFB-Pokal-Halbfinale, wo wir heim in der Allianz Arena den VfL Wolfsburg empfangen werden. Also die Wölfe sind denke ich mal ein Gegner, die man nicht unterschätzen sollte. Ich glaube die andere Paarung ist Leverkusen-Hamburg. Ich glaube Leverkusen steht da auch schon als Sieger fest, können wir mal schauen tatsächlich. Leverkusen konnte sich dann mit einem 3 zu 0 locker durchsetzen, ne. Gegen den Hamburger SV und wir haben jetzt hier nun mal den VfL Wolfsburg als Gegner. Hat man nicht natürlich unbedingt immer die besten, ja die besten Erfahrungen mitgemacht. Im Pokal besonders generell nie gute Erfahrungen gemacht, im DFB-Pokal besonders in Form von Elfmeterschieß, ne. Will ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen. Ich meine, dieses Jahr hat der FC Bayern Wolfsburg 5-1 besiegt mit dem 5er-Pack von Lewandowski. Deswegen sollten wir da schon mit breiter Brust in das Spiel hineingehen, aber den VfL Wolfsburg natürlich nicht unterschätzen. Wir gehen natürlich mit bester Elf in das Spiel hinein, mit diesem 4-1, 4-1-System mit Vidal als Sechser und der Sturmspitze vorne mit Robert Lewandowski. Der Rest ist eigentlich beim Alten geblieben. Und da würde ich sagen, wenn euch die heutige Episode gefällt, nicht vergessen, lasst den Daumen nach oben da. Großartige Unterstützung für mich und für euch wirklich nur ein ganz länder Klick. Wenn euch der Karrieremodus mit dem FC Bayern gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst den Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel der heutigen Episode heim in der Allianz Arena. Wir empfangen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Der FC Bayern befand sich weiterhin auf einem sehr guten Weg in Richtung Triple. Am heutigen Abend empfing man in der Allianz Arena den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Also das Traum vom Triple, es lebt weiterhin für die Bayern-Fans, die wir hier natürlich im Hintergrund sehen. In der Allianz Arena, die natürlich heute wieder komplett gefüllt war, die in der Nacht natürlich auch in der schönen roten Farbe geleuchtet hatte. Konnte man schon bereits die Meisterschaft feiern für den FC Bayern. Und in den beiden Pokalen, natürlich einmal international in der Champions League und national im DFB-Pokal, waren die Bayern bereits im Halbfinale angekommen. In der Champions League trifft man auf Manchester United und hier im DFB-Pokal trifft man auf den VfL Wolfsburg. Hier die Aufstellung der Gastgeber mit Neuer im Tor, dann die Viererkette, Alaba Laporte, Boateng und Lahm. Davor haben wir dann als alleinigen Sechster Arturo Vidal, davor wiederum Costa, Müller, Pogba und Arjen Robben auf der rechten Seite. Und die alleinige Sturmspitze natürlich der polnische Nationalstürmer Robert Lewandowski. Hier die Aufstellung der Gäste mit Penalium Tor, Viererkette mit Trash, Klose, Knoche und Schäfer. Doppel 6 mit Gustavo und Askes, also ein Youngster heute neben dem Routinier Gustavo. Und davor haben wir Caligiuri auf der 10, Maximilian Arnold und der Stürmer Bastos. Also so viel zur Aufstellung der Gastgeber bzw. der Gäste. Also so viel zu den Aufstellungen hier auf beiden Seiten. Die Frage ist natürlich, wo sind die Topspieler von Wolfsburg? Wo ist ein Draxler, wo ist ein Schürrle, wo ist ein Naldo? Das ist die große Frage. Bis auf vielleicht Gustavo und Benalio, ist das jetzt nicht unbedingt die Top 11 auf Seiten der Gäste? Vielleicht verkauft, man weiß es nicht, vielleicht auch momentan verletzt. Das könnten Gründe sein dafür, dass heute nicht unbedingt die stärkste Elf der Wölfe hier antritt. Los geht es mit Anstoß auf Seiten der Gastgeber. Die Roten in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Und Robben, Robben mit dem Schuss und Tor! Zweite Minute, Arjen Robben! Ich fasse es nicht, was ein Tor! Wir sehen es hier gerade. Arjen Robben! Wieder gegen Wolfsburg. Ich fasse es nicht. Arjen Robben! Der mag es wohl gegen Wolfsburg, solche Tore zu erzielen. Hat das auch schon in der Liga, in der Hinrunde getan. Aber jetzt hier Arjen Robben! Der Niederländer. Mittlerweile 32 Jahre alt. Mit was einem Tor! Aufpassen jetzt Verinha. Verinha für Wolfsburg. Zurückgelegt für Askes. Wieder Verinha. Aufpassen, super Umdrehung. Und Verinha wieder super Tor hier. In der Allianz Arena. Fünf Minuten gespielt und schon fallen zwei Tore. Unglaublich. Hier aber natürlich nicht die Distanz, das Wichtige. Sondern der Winkel. Also Manuel Neuer. Wieder hier die Sache in FIFA 16. Das Bälle auf den kurzen Pfosten immer reingehen. Den Ball, den muss Neuer eigentlich haben. Besonders, weil Neuer am kurzen Pfosten steht. Den Ball hätte er eigentlich haben müssen. Und Verinha, der Portugiese. Vier Minuten nach dem Treffer von 1-Robben. Mit dem 1-1. Was ist hier nur los? Und Lewandowski. Da ist wieder Robben. Da ist wieder Robben. Und Benaglio. Ganz starke Tat hier vom Schweizer Keeper. Diego Benaglio verhindert hier das 2-1. Für die Gaskeback. Pogba jetzt nochmal mit der Flanke. Costa mit dem Kopfball. Übers Tor. Und Verinha. Verinha Askes. Mit dem Schuss übers Tor. Was ist denn jetzt plötzlich mit der Defensive der Bayern los? Also beim Tor von Verinha sah das Ganze schon nicht gut aus. Aber das hier ist auch wieder wirklich nicht gut gewesen. Hier von der Defensive. Jetzt Lewandowski. Lewandowski schickt natürlich wieder Robben. Robben zieht natürlich wie ein wahrer Eier. Robben in die Mitte. Wird im Strafraum gefoult. Hält sich da am Knie fest. Aufpassen. Aufpassen. Bastos. Der Schuss ist abgefälscht gewesen. Hatten wir schon mal die Bekanntschaft gemacht. Mit solchen Schüssen. Beim Spiel gegen den FC Arsenal. Hier war es aber noch gut zu verhindern für Manuel Neuer. Die erste Halbzeit in der Allianz Arena. Abgefiffen hier zwischen dem FC Bayern München und zwischen dem VfL Wolfsburg. Tore auf beiden Seiten. Durch den Mann hier Arjen Robben und Verinha. Nach 10 Minuten schon 2 Tore gefallen. Aber danach kam nicht mehr wirklich viel auf beiden Seiten. Los geht es mit der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena. Anstoß auf Seiten der Gäste. Die Bayern diesmal von rechts nach links. Aufpassen. Aufpassen. Der Ball landet bei Arnold und da merkt man schon die krasse Qualität eines Manuel Neuers. Es war zwar abseits, aber der Ball wäre nicht drin gewesen. Das ist unglaublich. Manuel Neuer, wie er den Ball noch gehabt hätte. Das ist nun mal ein großer Grund dafür, dass Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt ist. Solche Bälle, die hätte fast keiner gehabt. Die Rechtsverteidiger sind da schon wirklich am Zweifeln, weil der einfach so schnell ist. Dribbelschlag beweglich und jetzt hier die gute Möglichkeit für den VfL Wolfsburg. Duis Gustavo. Ausgerechnet der Ex-Mündchener hier. Aufpassen. Gustavo. Gustavo und der Ball ist im Tor. Bastos macht das Tor und Philipp Lahm. Den muss man eigentlich in so einer Situation gedeckt haben. Da muss man nur mal Vertrauen auf den Rechtsverteidiger setzen. Und dann am Ende kommt sowas. Boateng mit der Grätsche, Schürrle mit dem Pass zu Gustavo und Philipp Lahm sieht Bastos Almancha nach gar nicht. Und der Ball rollt dann zum Niederländer und er macht ihn ins Tor rein. Und der VfL Wolfsburg, er geht in der Allianz Arena tatsächlich in der 65. Minute mit 2 zu 1 in Führung. Und Thiago Boateng läuft mittlerweile mit nach vorne. Der Ball für Lewandowski ist nicht schlecht. Und jetzt vielleicht nochmal Thiago mit dem Kopfball. Und das gibt es doch nicht. Der FC Bayern hier mit der ersten Gelegenheit. Aber 20 Minuten verbleiben noch knapp hier in der Allianz Arena, um noch den Ausgleich zu erzielen. Wie eine Flanke, die es bringen könnte, Benaljo. Und das müsste jetzt gewesen sein. Der haut den Ball nach vorne. Und das Spiel in der Allianz Arena. Es ist abgefiffen. Der VfL Wolfsburg, Angstgegner vom FC Bayern. Da kann man sagen, wenn man sich fürchten muss bei den Bayern vor irgendwelchen Mannschaften, da muss man sagen, gehören Vereine wie Wolfsburg, Augsburg oder Dortmund auf jeden Fall dazu. Man merkt hier wieder, der FC Bayern, der Druck ist natürlich mega groß und im DFB-Pokal im Halbfinale rausgeflogen. Und da merkt man schon wieder, der Druck bei den Bayern ist einfach viel zu groß für die Spieler. Manchmal kann man das Ganze einfach nicht aushalten. Und der Traum vom Triple, er ist dahin. Wirklich einfach mega bitter enttäuscht nach so einem Spiel, nach so einem Führungstor von Arjen Robben. Am Ende noch 2 zu 1 zu verlieren. Am Ende Philipp Lahm in der Situation hat es uns das Ganze leider gekostet. Den Ball hätte er vielleicht haben können. Aber man muss jetzt natürlich nicht von hätte, hätte Fahrradkette reden. Also kann man natürlich viel reden. Hätten wir die Chancen vorne vielleicht auch ein bisschen besser genutzt. Hätte Wolfsburg nicht auf Zeit gespielt. Aber nun ja, was wir mal machen, Kavachal mit dem 2 zu 0, nachdem Kingsley Comar uns in Führung gebracht hat in der 26. Minute. Und das Ergebnis gegen den Hauptstadtclub, es bleibt beim 2 zu 0. Gut Leute, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Episode der FIFA 16 Karriere mit dem FC Bayern. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst den Daumen nach oben da. Bitter enttäuscht, wie gesagt, nach so einem Spiel das Ganze noch zu verlieren, auszuscheiden. Traum vom Triple, leider Gottes dahin. Aber, nun ja, wir haben immer noch die Champions League zu gewinnen. Also würde ich sagen, wir sind uns in der nächsten Folge da beim Spiel gegen Manchester United, wo wir auf den Ex-Bayern-Spieler Bastian Speinsteiger treffen werden. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal dabei sein werdet. Und bis dann, haut rein und ciao. Bis dann. Bis dann.